Heute war Rhein in Flammen. Das ist eine Bootstour zusammen mit Feuerwerk hier in Koblenz. Und das Schöne an unserer doch sehr kleinen Wohnung, in der wir gemeinsam wohnen, ist, dass sie einen guten Blick über Koblenz hat. Und ich habe das Feuerwerk aufgenommen und habe das hier mal in vierfacher Geschwindigkeit, was ziemlich cool aussieht, einfach mit euch geteilt. Denn das war ein insgesamt sehr schönes Feuerwerk und es ist auch eine kostenlose Aktivität. Also natürlich zahlt der Steuerzahler am Ende des Tages dafür. Aber erstmal ist es eine kostenlose Aktivität, die man genießen kann. Wir haben hier mit Freunden zusammen gespielt und was Leckeres gegessen und dann von unserem Balkon aus das Feuerwerk geschaut. Ja, das Video mag ich mit euch teilen, habe es hier hinten dran gehängt und bin gespannt, was bei euch in der Gegend so Gründe sind und Anlässe dafür, dass es so ein Feuerwerk gibt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.